Hello! Frauen werden durch Alkoholkonsum schneller krank als Männer. Das ist ein Phänomen, das man in der Wissenschaft als Teleskopeffekt bezeichnet. Die psychischen und körperlichen Schäden, die durch Alkoholkonsum auftreten, zeigen sich bei Frauen in der Regel also schneller und schwerer als bei Männern. Dazu zählt auch, dass Frauen schneller eine Abhängigkeit entwickeln. Bei Christiane war das so. Sie fing zwar erst mit 23 mit dem Trinken an, was eigentlich ein Schutzfaktor ist, dieses späte Anfangen. Aber dann ging das mit dem Alkoholproblem sehr schnell. Wie das war und wie sie aus der Sucht herausgefunden hat, das erzählt sie dir jetzt. Ja, ich heiße Christiane Hartl, bin 59 Jahre alt und wohne in der Nähe von Frankfurt, weil ich für meine Lieblings-Airline arbeite. Und deswegen ist es für mich auch immer wichtig, dass ich dann in einer Nähe meines Flughafens wohne. Ich bin Flugbegleiterin und das ist auch einer meiner Traumjobs, die ich habe. Ja, ich mag daran, dass es so spannend ist, weil ich wirklich nicht weiß, wer steigt ein, wie sind meine Gäste. Das Ziel kenne ich, aber ich finde es eben, wie gesagt, sehr, sehr spannend, fremde Kulturen auch kennenzulernen. Menschen von so vielen fremden Ländern auch. Ja, also ich bin begeistert. Also ich wusste eigentlich, dass ich das mit 19 schon werden wollte. Es hat dann ein bisschen gedauert. Ich war mit 29, habe ich angefangen, dann pausiert 20 Jahre und dann durfte ich mit 50 nochmal, ja, durfte ich nochmal anfangen zu fliegen. Und ich hoffe, ich habe noch sieben Jahre vielleicht. Wie hast du getrunken? Ich habe zum Schluss anderthalb Flaschen Wein getrunken, dazu dann ab und zu nochmal am Wochenende auch Gin Tonic. Und mein ganzes Leben, also gerade so die letzten zehn Jahre, das ging eigentlich immer nur um das Thema Wein. Habe ich genug Wein? Wo bin ich eingeladen? Gibt es dort genug Wein? Ist der Wein gut? Und ich habe schon fast täglich getrunken. Die einzigen Tage, die ich vielleicht, die ich nicht getrunken habe, es war, wenn ich im Flug war, wenn ich einen Nachtflug hatte. Dann durfte ich den Tag davor natürlich nicht trinken und während des Fluges auch nicht. Da habe ich mich auch immer sehr streng dran gehalten. Aber ansonsten gab es, glaube ich, keinen einzigen Tag in meinem Leben, die letzten 20 Jahre, die ich nicht getrunken habe. Ja, es ist traurig, aber es war so. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Ich habe angefangen mit 23, bin gelernte Europasekretärin und habe meine erste Stelle auch in Brüssel gehabt bei einer fantastischen Firma. Und ich durfte abends bei den Geschäftsessen dabei sein. Und so bin ich dann auch gleich in die Weinkultur eingeführt worden. Also das gehörte ja zum guten Ton dazu. Und das habe ich auch gar nicht hinterfragt. Also ich habe dann Weißweine, Rotweine, alles getrunken. Mein zweiter Job war dann bei einer Airline in Düsseldorf, auch als Sekretärin. Und das gehörte da auch wieder zum Programm. Nachmittags hat unser Chef uns zu einem Sekt eingeladen, den er dann in der Kantine gekauft hat. Er hatte zwei Assistentinnen. Und das war dann so die Belohnung. Wenn wir gut gearbeitet haben, ach ja, geht mal in die Kantine und kauft euch mal eine Flasche Sekt. Ich habe wirklich spät erst angefangen, würde ich sagen, mit 23. Aber dann ging das relativ zügig. Und meine damalige Arbeitskollegin, die kaufte den Wein schon kistenweise. Also ich weiß auch noch die Marke und das hat mich so ein bisschen erstaunt, also dass die kaufte den nicht flaschenweise, sondern kistenweise bei einem Markendiscounter. Und dann war das eigentlich schon, gehörte das für mich schon zum Tagesgeschehen dazu. Ja, mit der Freundin auch zusammen. Also ich gebe ihr nicht die Schuld, um Gottes Willen. Aber das hat halt, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen getrunken. Wir waren am Wochenende viel auf Reisen. Und auf Reisen im Flugzeug, der Piccolo, den gab es ja zu den Zeiten immer noch, ja, ich glaube, den gab es umsonst. Ja, so fing das bei mir an. Also das war so dieses Lifestyle-Trinken. Und während der Schwangerschaften habe ich auch nicht getrunken. Das ist mir auch total leicht gefallen. Habe aber dann sofort danach wieder angefangen. Also ich habe auch die Kinder, ich habe zwei Kinder, sie sind jetzt 24 und 26, ich habe die Kinder nicht lange gestillt, um dann auch gleich wieder trinken zu können. Dann habe ich mit 40, ich habe leider, ich muss gestehen, ich habe während der Schwangerschaften geraucht. Das finde ich auch, da schäme ich mich am meisten für. Und habe aber dann mit 40 endlich aufgehört zu rauchen. Das ist mir auch sehr, sehr leicht gefallen. Das ging auch von einem Tag, als ich die Entscheidung getroffen habe, ging das sehr leicht. Aber dann habe ich, glaube ich, eine Suchtverlagerung erlebt. Und zwar, das war dann von 40 bis 48. Dann habe ich also plötzlich nicht, da war es nicht eine Flasche Wein, sondern es wurde dann anderthalb Flaschen Wein. Da habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, dass es mir nicht gut tut. Habe aber gedacht, naja, du hast ja aufgehört zu rauchen. Dann wendest du einfach die gleiche Methode wieder an. Und das hat mich so beruhigt. Habe gedacht, ja, du kannst ja, du hast ja das mit dem Rauchen geschafft. Dann wird das mit dem Alkohol auch klappen. Wenn du dann soweit bist. Ich wollte den Wein einfach noch nicht loslassen. Ich wollte den auch nicht, ich wollte den, ich wollte den nicht vermissen. Ich wollte weiter an den, ja gut, da habe ich noch in Spanien gelebt. Man trinkt da auch viel Wein zu den Tapas. Also ich war einfach noch nicht bereit, auf den Wein zu verzichten. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich eine, oder bevor ich nach Deutschland ging, 2014, habe ich eine Pause eingelegt. Drei Monate. Und habe aber dann, mein Ex-Mann trank auch keinen Alkohol. Und er hat dann bei einem Abendessen zu mir gesagt, ja, du hast so drei Monate eine Pause gemacht. Ich bestelle jetzt mal deinen Lieblingswein. Und ich dachte dann natürlich, ja super, jetzt kann ich ja dann kontrolliert weiter trinken. Aber wir wissen ja, dass das schwierig ist, das ist unmöglich. Ich war dann, glaube ich, auch nach zwei Monaten wieder da, wo ich vorher war. Und als ich dann 2014 im März nach Deutschland gegangen bin, habe ich ein Angebot auch von einer Airline in Düsseldorf bekommen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, die Ausbildung. Und dann habe ich auch gesagt, ich schaffe diesen Kurs nur, wenn ich nüchtern bin. Und habe aufgehört, aber mit Willenskraft. Fühlte mich auch super fit, habe total viel Sport gemacht und habe dann die Prüfung auch bestanden. Und dann ging es dann wieder weiter. Dann feierten die auf einem Hotelzimmer mit Bier. Und das fand ich auch super, weil ich trinke kein Bier und ich habe auch nie Bier getrunken. Und stand mit meinem Mineralwasser da und dann sagte einer der Kollegen, ach, ich hole dir einen Wein zum Feiern. Und ich so, nein, nein, alles gut, ich trinke mein Wasser. Und da hat meine Willenskraft dann irgendwann versagt. Dann habe ich gesagt, ja, komm, okay, dann trinke ich ein Glas Wein. Und eine halbe Stunde später war ich selber unten an der Bar und habe mir dann das zweite Glas geholt. Also das waren die zwei Versuche mit Willenskraft. Und da war ich dann auch nach, ja, ich glaube, nach zwei Monaten war ich auch wieder auf dem gleichen Level wie vorher auch. Und dann kam noch mal dazu, dass ich dann in Düsseldorf auch alleine gelebt habe. Ich hatte keine Kontrolle mehr. Nach der Landung trifft man sich immer noch und geht noch was zusammen trinken. Ich war dann wirklich noch mal viel feiern, habe noch mal eine wirklich sehr wilde Phase auch gehabt als Single. Ich hatte mich dann inzwischen auch getrennt und spürte aber dann schon, dass es nicht gut ist. Also dass die Rutsche steil nach unten gehen würde, wenn ich nicht so weiter trinken würde. Also ich glaube, ich war einfach nicht geduldig. Ich war sehr, sehr ungeduldig mit den Kindern. Ich habe halt auch abends, ich habe mich einfach nur auf meinen Feierabendwein gefreut. Ich wollte sehr oft alleine sein, um eben alleine meinen Wein trinken zu können. Ich habe dann dabei zwar kreativ, glaubte ich, mit Fotos gearbeitet, aber im Grunde wollte ich nur der Sucht nachgehen. Und habe auch am Familienleben in Spanien nicht mehr richtig teilgenommen. Also da hat mich der Alkohol schon verändert und die Ehe ist auch definitiv an dem Alkohol gescheitert. Also das weiß ich jetzt, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich habe mich einfach isoliert. Ich habe wirklich, ich habe funktioniert den ganzen Tag natürlich perfekt. Wir waren selbstständig, aber ich habe mich abends halt immer zurückgezogen und wollte dann alleine sein und meinen Rotwein trinken. Ich habe ja mittags beim Kochen schon Weißwein getrunken auch. Also mittags habe ich Weißwein getrunken, habe dabei gekocht und funktioniert. Dann habe ich abends, nachmittags nochmal gearbeitet und abends, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich dann weiter getrunken. Also mein Mann war, der war hilflos. Also der hatte auch wirklich zu mir gesagt, Christiane, du bist Alkoholikerin, du bist total fertig. Also ich glaube, ich war nervös. Ich war einfach, ich war gereizt. Ich war sehr oft gereizt, ihm gegenüber auch. Aber er wusste auch nicht, was er machen sollte. Und ich hatte auch keine Lösung. Also ich habe das in dem Moment gar nicht so verstanden, dass ich alkoholabhängig war. Ich wusste, dass, ja für mich war das, es war der Teufelskreis. Also der fing dann schon an. Ich merkte, ich bin anders. Aber ich wusste, ich konnte keinen einzigen Tag auf den Alkohol verzichten. Ich habe mir das morgens vorgenommen. Und mittags habe ich dann automatisch wieder ein Glas Weißwein getrunken beim Kochen. Also am meisten schäme ich mich eben, dass ich während der Schwangerschaften geraucht habe. Das ist mir sehr, sehr unangenehm. Das finde ich furchtbar. Und ich war auf meiner eigenen Hochzeit betrunken. Ich habe das aber gar nicht gemerkt. Das hat aber mein jetziger Ex-Mann, aber der hat das damals schon bemerkt. Und er sagte, ich wäre tot. Also das hätte er nicht als schön empfunden. Aber meinen Kindern gegenüber habe ich mich entschuldigt, dass ich manchmal nicht eben die Geduld für sie aufgebracht habe. Und ja, die haben die Entschuldigung auch angenommen. Aber das war auch ein großer Grund, warum ich aufgehört habe, weil ich einfach ihnen jetzt wieder auch ein Vorbild sein wollte. Wie lief ein typischer Tag zu Alkoholzeiten bei dir ab? Welche nehmen wir denn da? Nehmen wir, ja, zu Tinder-Single-Zeiten war das dann schon so. Der Fokus lag dann auf Bekanntschaften. Und wenn ich frei hatte, habe ich eigentlich schon mittags natürlich angefangen zu trinken. Nachmittags versucht, nach irgendeinem Date abzugreifen. Und ja, ich glaube, man wählt, man trifft da einfach auch keine guten Entscheidungen. Da sind auch keine guten Beziehungen daraus entstanden. Also tatsächlich hat mich dann ein Partner gerettet. Das war auch eine Tinder-Bekanntschaft. Und wir waren dann zwei Jahre zusammen. Das war so auch ein, das war zumindest ein Ausstieg aus diesem Tinder-Dating. Er hat mir auch sehr gut getan, obwohl er 22 Jahre jünger war. Und er hat aber auch zu mir gesagt, zum Schluss dieser Beziehung, Chris, mit dir ist ja nichts mehr los. Also mit dir kann man ja mittags schon nichts mehr machen. Du bist ja mittags schon blau. Und das tat auch richtig weh. Also das hat richtig gesessen. Das weiß ich noch. Also der Spruch von dem Ex-Mann, du bist Alkoholikerin. Und hier mit dir ist ja mittags nichts mehr los. Also ich hätte mich auch nicht mehr auf ein Motorrad setzen können. Ich war jetzt nicht ganz betrunken, aber ich war auf jeden Fall, ich hatte bestimmt schon ein paar Gläser Sekt getrunken. Und das war dann so der Prozess, dass ich langsam aufgewacht bin und gesagt habe, okay, jetzt wird es ernst. Jetzt musst du wirklich dir Gedanken machen, wie du von diesem Teufelszeug loskommst. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Weil ich merkte, dass, ja, die Ehe, ich war mittlerweile geschieden, der Freund trennte sich gerade von mir und ich war wieder alleine. Und ich war ja auch nicht glücklich und ich merkte auch, dass ich abhängig war. Ich merkte, dass ich diesen Wein brauchte, dass ich den nicht als Lifestyle-Getränk gesehen habe. Oder ich habe ihn noch als Lifestyle-Getränk sehen wollen, aber mein Körper hat schon danach verlangt. Und wenn ich mir morgens vorgenommen habe, aufzuhören, dann war ich mittags spätestens wieder am Kühlschrank an freien Tagen. Und ansonsten drehte sich auch mein ganzer, also ich war so eingeschränkt, weil ich immer nur überlegt habe, wo ist das nächste Weinfest? Wo ist der, wo ist ein Weintasting? Also mein Leben ging nur noch um den Wein. Oder ich spiele sehr, sehr gerne Tennis. Und ich hatte eine Regel, dass ich nie unter Alkohol Tennis spiele. Und dann gab es eine Zeit, wo wir abends trainiert haben in Mainz. Und ich habe dann nachmittags vor dem Tennis ein bis zwei Gläser Wein getrunken. Also ich habe mir Regeln aufgestellt, die ich dann gebrochen habe. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Wann hast du den Entschluss gefasst, ganz aufzuhören? Ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt, 2019. Und wir haben auch ein Jahr lang gemeinsam sehr, sehr viel getrunken. Aber wir haben nicht zusammen gelebt. Und ich habe mir damals gedacht, wenn er feststellt, wie viel ich trinke, dann wird er mich vielleicht verlassen. Ich habe aber auch gemerkt, dass er auch gut am Glas war, also dass er auch gerne trank. Und wir haben aber nie darüber geredet. Und dann im März 2020 hat er mir eröffnet, dass er eine Pause einlegen möchte. Und er möchte ein bisschen Detox und er möchte auch ein bisschen abnehmen. Er ist sehr sportbegeistert und auch eine sehr gute Figur. Und wollte, wie gesagt, zwei, drei Kilo abnehmen. Das war der 30. März. Und dann habe ich gedacht, ah ja, dann fühlte ich mich so ein bisschen unter Zugzwang. Und habe dann gesagt, ja, ja, ich mache das mit. Und es klappte aber nicht. Ich habe es versucht. Und Tag eins gescheitert, Tag zwei gescheitert. Ich hatte also neun Day Ones. Und am 8. April hat es dann zumindest funktioniert, dass ich den ersten Tag überstanden habe. Unter anderem auch, weil mein Sohn zu diesem Zeitpunkt bei mir in Mainz war, in einem Apartment. Ich mittags angefangen habe zu kochen. Und er dann so sagt, Mama, was trinkst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich trinke Sekt. Dann hat er mich ganz traurig angeguckt. Und in dem Moment wusste ich, das geht nicht gut. Ich kann jetzt in dem kleinen Apartment nicht heimlich trinken. Und mir hat mein Sohn so leid getan, dass der, ich habe richtig gesehen, wie der sich Sorgen um mich gemacht hat. Ja, und dann habe ich also, wie gesagt, am 8. April den Einstieg geschafft. Und habe dann eine Woche später, ich glaube, das war eine Woche später, habe ich, Nathalie, also habe ich dich im Fernsehen gesehen, bei drei nach neun. Und nach der Sendung wusste ich, ich trinke nie wieder. Habe dann auch zu meinem Freund gesagt, so, ich trinke nie wieder. Und dann sagt er, ja, so, Schatz, aber das war doch gar nicht so gemeint. Ich wollte doch nur eine Pause machen. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst ja die Pause machen und wieder anfangen. Aber ich wusste in dem Moment, ich habe gesagt, ich trinke nicht mehr. Ja, und so war das dann auch. Mein Sohn natürlich sehr, sehr glücklich. Und das war dann die Corona-Zeit, fing dann ja an, 2020. Das heißt, alle Restaurants, alle Kneipen, alle Weinstände waren zu. Ich hatte da wirklich das große Glück und habe dann intensiv recherchiert, so wie du das auch, glaube ich, erzählt hattest in der Sendung. Ich bin dann eingestiegen, habe Podcast mir runtergeladen, deinen Podcast runtergeladen. Von der Annie Grace und noch von vielen, vielen anderen. Alles, was es 2020 halt gab. Und habe das dann von hinten aufgezogen. Also ich habe erst die Entscheidung getroffen, dann habe ich dich gehört und dann habe ich das sozusagen gefestigt. Das war, dass da jemand saß, ein Mensch oder eine Frau, so wie, du bist jetzt jünger, aber die auch so offen geredet hat, was dir unter Alkohol auch passiert ist. Also ich konnte mich schon mit dir identifizieren. Und ich wusste genau danach, das war's. Das war's. Da brauche ich auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Ich hatte diese sogenannte Spontaneous Sobriety und ich bin da auch sehr, 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 sehr dankbar drüber, dass ich in dem Moment erkannt habe, dass Alkohol eine süchtig machende Substanz ist. Und ich glaube, das waren mir viele Punkte einfach nicht klar. Und du hast das in dieser Sendung so offen geschildert. Weißt du, du hast das auch so ehrlich und frei. Und ich glaube, das hat mich abgeholt. Was fällt dir leicht? Es fällt mir, ich darf das gar nicht so laut sagen, es fällt mir mega leicht. Und es fällt mir vor allen Dingen viel, viel leichter, als das kontrollierte Trinken mir je gefallen ist. Also ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dann möchte man einfach nur nüchtern sein und klar sein. Man möchte gar nicht mehr so benommen durch die Welt gehen. Also ich finde es, wenn man den Alkohol durchschaut hat, dann ist es leicht. Fällt dir noch etwas schwer? Eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt, müsste ich jetzt überlegen. Also für mich ist der Alkohol, das Thema ist wirklich erledigt. Es ist so unwichtig wie Blasmusik und Dressurreiten. Und natürlich beobachte ich ganz, ganz viel. Also ich schaue im Supermarkt, was kaufen die Leute ein? Oder dann ertappe ich mich dabei, dass ich dann sehe, der hat Gin oder Whisky gekauft. Dann gucke ich mir die Person auch an. Aber Hürden habe ich, denke ich, habe ich nicht. Und wenn ich merke, die Situation gefällt mir nicht, weil mich der Kellner jetzt schon zehnmal gefragt hat, ob ich jetzt nicht noch den Prosecco trinken möchte zum Anstoßen, dann sage ich dann auch wirklich so, ich habe es Ihnen doch jetzt gesagt, ich trinke keinen Alkohol, wo ist das Problem? Und dann ist es auch gut. Also dann werde ich ein bisschen ernster, aber es ist sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und wenn die Menschen sehr betrunken sind, dann gehe ich auch. Also dann ziehe ich mich zurück, weil ich dann einfach nicht mehr auf dem Level bin. Dann kann ich auch da, kann ich mit der Situation auch nichts mehr anfangen. Was ist dein größtes Aha-Erlebnis? Dass es so einfach war, dass es wirklich so einfach war. Und wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber ich glaube, der Zeitpunkt sollte auch kommen. Und ich habe das echt nicht geglaubt, dass es geht. Aber es geht. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Informiert euch. Also informiert euch vor allen Dingen über den Alkohol. Es gibt jetzt ja mittlerweile so viele Sachen. Es gibt Podcasts, YouTube, ganz tolle YouTube-Videos von Nathalie. Und ja, bildet euch. Und trifft dann die eine Entscheidung. Also ihr dürft nicht, also man soll nicht mehr schwankend sein. Man muss wirklich diese eine Entscheidung getroffen haben. Und dann auch nicht mehr, man darf sie nicht mehr anzweifeln. Wenn man noch ein bisschen Nostalgie hat und sagt, ach ja, dann habe ich ja kein Champagner mehr. Und mit was stoße ich an? Also man sollte dann wirklich den Entschluss felsenfest fassen. Und dann auch dabei bleiben. Neben ihrer Arbeit als Flugbegleiterin arbeitet Christiane als Coach. Ausbilden lassen hat sie sich bei Annie Grace, die du vielleicht vom Buch Einfach Nüchtern, beziehungsweise This Naked Mind, so heißt das im Original, kennst. Falls du das Buch nicht kennst, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und wo du Christianes Arbeit findest, das verlinke ich dir dort ebenfalls. Danke fürs Zuschauen. Gib Christiane unbedingt einen Daumen hoch. Ich wünsche dir alles Liebe und sag bis bald. Tschüss. Tschüss. Amen.